Eine Palme oder ein... Ja, 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 das stimmt. Ich weiß nicht, er schwimmte, bis jetzt auf einmal beißt ihm etwas, in diese Knie und so, oh, ein Busch. Ja, das war kein böse Fisch, das war ein Holzstück. Und auf diesem Holzstück kommt ein paar Sachen, die er sammelt. Das stimmt, so ich so, wenn er immer wieder auf die beim Durchzoll gehen will, dann sagen wir, stammen sich, wo hast du dieses Holz, wo hast du dieses Blatt, wo hast du diese Buschel? Und komischerweise, er zahlte nie einfach Zoll. Er zahl, der Redete nennt er einfach die Augenblau. Der hat aber auch nicht. Ja, das war, früher war das sehr blau-grau. Okay, Tijuriju, verschiedene Muschel, Oma Kabea, in Afro-Blue. Aplausos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Musik 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 Musik